ja leute was geht ab und zu einem neuen video hier auf mich auf der p heute ist dabei liebe heiße noch mal äh cat ventos cat ventos cat ventos die ratte hey was für ratte wieder da ist man scheiß von gar und kombi die jetzt werden ich wollte heute ist allerdings das dorfen können wir das dorf ist da oben ist nämlich recht jetzt kommen wir gehen jetzt mal hin nur unter springen und rüber bauen und ich habe nicht genug stein kommen wir springen runter die auf jeden fall direkt laden dicker sonst hält man nicht viel aus es ist heute wäre er bei erweitig letztens ich habe jetzt in die frage ich hatte mit dem er hat er macht auch wie gesagt wollte ich doch sagen bald gibt doch ein discord server also guten mit allem und 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 hat Geld schallert schallert skolische den Waffen schallert richtig in den Ohren Digger also passt ja Gott Digger fuck 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 jetzt bin ich hoch Digger was ist das hier das ist die jetzt kommt zu ja ich bin nach oben also von oben bist du hinten gegangen im wasser nach oben da kommen aber für ein Stück höher ja ich bin ich bin fast oben jetzt vei ich bin ich bin ich bin es ich bin Prozent Prozent die das ist hier so war da es war ein Haus der Kuhn jetzt Prozent Rhein Prozent okay abfällig aus dem sich zum nächsten Riesenfarbe mit Bromit in mit Weizen Nr Hochdinger so jetzt kommen die Kursen können das sind so ich meine wir haben schon seitlich einmal die Farm ist so aussieht und ich hab' ein bisschen ausgebaut und es gibt es auch Tiere mehr als sehr viele von nun die Volker nicht wissen wie viel es haben müssen steht immer ist oder die Erwanderung der Wanderwander war aber war ich alle Tiere auf einen anderen freuen die auch um und noch das Übertrieben Gott die kommen jetzt da runter Spendern von ich bin nicht gestorben auf jeden fall ich zumindest nicht ich muss gucken hier irgendwo wasser genau hier ist wasser wohl verstehe ich bin aber so eins breit also muss es sehr genau sein ganz genau zu müssen den Kanal abonnieren ich hab's nicht geschafft ich habe aber mehr dann gibt es Ärger nach Hause und ich kann euch nach Hause und dann gibt es hier ich brauche mal die liebsten die Schlange war es was ich weiß nicht aber wir haben die Gäste kennen als er sehr sehr nett ein bisschen was noch und ich habe es untergeflogen für zwei getroffen damit mein Gott digga oh mein Gott der Kofferleder ist noch ganz okay der ist gehört das Dorf gehört irgendjemanden sich tun die gerät das dort keinem aktuell zumindest hier ist eine truhe mit ganz viel scheiße gehört es nicht es ist von einem map hier gespawnt worden das ist generiert das ist gar ich wollte ja was da ist eine kiste die hat irgendwo dahin gespawnt ich weiß nicht wer aber irgendjemand ich war da nicht ich hoffe er hat sich ja hier aufgebaut keine ahnung es ist ja einfach hier wohnt keine ahnung müsste ich mal herausfinden irgendwann 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 mal er kommt es versuchen ich habe weiter nach so aufgleichen muss Kieber gegen ein Bremen Haus okay nur dass irgendjemand die Amistat der Nähe die Teilhauter Weizenfahrten durch Hälfte mehr die 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 schweiz schweiz aber nicht zu nehmen und alles verlassen also ich will sagen lassen sie mal weil Guck mal Scheißbuch Fuck, fuck, fuck Fuck, helfen mir, schau Scheiße Scheiße Schau, wenn ich den Enderman angeguckt Ich will dir kloppen, sind das jetzt? What? Okay Digga, wo ist denn noch irgendjemand? Ich weiß hier oben, hier oben geht es auch noch weiter, da oben ist noch was, ich noch ganz viel Ich muss ja gucken, wenn man da hochkommt Richtig Scheiße gebaut Ich glaube, es ist gesagt, kannst Ist ja aufgefallen, ist nicht ein Kaufbewohner, ne? Das ist voll dumm Verlassen, das Dorf oder so, keine Ahnung Weg mit euch Oh, da wurden hier geschlachtet, keine Ahnung, weiß nicht, was da abgeht Du wohnst ja nicht da, ich hab auch wirklich keine Ahnung, wer hier wohnt, in diesem Dorf oder wo oder wie Ich weiß nicht, also ich weiß nur, wo ich wohne und das ist halt ziemlich weit weg von hier Ich wohne in einer Höhle, der hab ich sehr mal ausgebaut, und fahr' mal aus Ich glaube, es ist wohl, ich verlassen, weil es ist nämlich kein Mensch Hier ist nichts, gar nichts, hier nichts Hier gibt's, hier gibt's, hier gibt's, hier ist einiges, es gibt, es gibt, es gibt Die, ich hab' mich jetzt auf Uch, Digger, ich bin nicht mehr Uch, Digger, ich bin nicht mehr Wurge 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 bist du da ja ich bin noch daher ist ja diese scheiß monster die akademie kürze peter zu kotzen die chemische mitte das kostet mich so an also eine sache wenn man muss zu den tüten und wenn man zu meiner base ja okay wenn mich wieder zu einer wässerung gut er bringt es dann ja ich muss dann gucken ich will einmal den Leuten kurz bei der Base zeigen nur aber wo ist meine Base wo ist meine Base hinter und hinter und sowas genau ganz klar ja ich weiß wie du es also ich kann ja wie auf der Hinterpäden gleich ich meine meine Base was meine ja mein denn jetzt hinter uns hinter uns und dann ganz kurz von meiner Susanne dann hat es recht ja gehen wir da jetzt hin kurz also was wir hier ist ja noch schon was meine Base das ist die Hälfte alles habe ich platziert von der Stadt stimmt hier war ich schiebe sie die Behalte jetzt ich bin so die ganzen Munitionsgützungen zu laufen wir haben die Waffen gönnt die Hälfte 3 einiger ich habe das eigentlich hingeschrieben aber da eh das kein gehört hier gehört es jetzt ist das ist mir hä hast du Milis nochmal gesehen hier also ich kann die Waffe nicht aufladen hast du na ja mit EEEEHRE und wenn du keine Munition hast dann kannst du dir die aufladen wir müssen mal die Karte ziehen ich muss mal die Karte ziehen boah Albo sorry sollen ich was ausprobieren Fortnetzker also meine meine Waffen der Prusser die hat mit geklaut ich habe gar nichts geklaut nein er mir das hat man die waffen geklaut hä neun mussten jahren neuen munition ist keine a9 munition das war ja okay du kannst du behalten ich habe keinen ton mehr und was er tun weg die umseton weg hier und hier auf dem meer über dem meer hier über den fluss g dann würde ich sagen ja dann würde ich das video beenden mal kurz hier Let's go wo bist du ich sehe dich nicht mehr auch jetzt finde ich ich nicht mehr wo bist du da oder ich könnte ich habe keine Munition mehr für ein super egal scheiß drauf ich habe auch die ich kann ich trotzdem die Auflagen also werde ich dir einfach hin ich habe mich keine Munition dafür oh bist du jetzt wo bist du hier hey Aua sorry mein Gott Digga oh mein Gott Digga ist hier nicht irgendein Tier ich bin sogar fast da also dauert nicht so lange das praktisch muss ich nur in die eine Richtung wie gerade her kam zurücklaufen ich habe mich über die Wurzeln noch an die Schuhe der Beine nicht jeder die Lege in der Linie was soll auch mit oder wird es immer noch Stamm stehen bei mir wächst nicht gar nicht tp mich mal ich weiß nicht mehr da bist du alle und bleibt immer stehen der Torwart hoch Aua Spinnbisschen Spinnbisschen die Plan Wieso geht das nicht sie ist kleck kommt darum bei mir also um ich bin nicht mehr reißen und ob es weiß sind wir müssen die will er auch zu erwähnen ist es ein bisschen noch umspielen hier okay da ich da ich immer da alte besser gucken er bin noch als natürlich aber ich gucke mir eine alte wäsche an da hinten kommen wir das nicht mal als die bäste ist meine ist also es ist Ich hab einfach nur ein Hotel, was ich hier gerade aufbauen will. Ein Hotel! Ja, komm mal mit. Wollt ich reinkommen? Hinter dir. Komm mal raus, komm mal raus, komm mal raus. Du bist meine alte Base hier, dann komm mit. Hier rum handelt es sich um einen Nachbett. Ja, ist das denn hier dein alte Base? Wir sind da. Stimmt, denn der hab ich ja einmal kaputt gemacht, alter. Die war hier unten, auf jeden Fall. Ja, was ist das hier? Vor 100.000 Jahren. Ja, was ist das hier, was hier aus Sand gebaut ist? Ein Schießstand. Ach so. Okay. Da ist das, da, nein, nein, komm mal mit. Oh, das ist kaputt, komm mal raus. Komm mit. Ja. Ich mach jetzt mal, ich schieße jetzt immer auf, was ich schieße. Ein Schießstand. Loll, ich komm mal raus, die Brücke. Und die친ze wird sehr schief. Ok, das ist einfach eine Aktivierung. Du bist ja jetzt nicht ja, nein, nein. Du bist ja jetzt, depress könnte. Dannen, du bist ja jetzt bitte. Ich brauche, dannen, du bist ja jetzt hier. Ja, du bist ja jetzt hier. das ist das ganz künftig ist und das Spiel auch mit Menschen Okina ich würde sagen an der Stelle das war es so wie er leitet Prozent ich bin da alles rum der Schützsagen der Kamenter soll zur was sagen abonniere kennt man das ankommen ist kurz ja auf deinen auf meinen auf mein und deinen ihr wenden wenn man da fertig so meiner fähige sich packen euch dann die video beschreibung und teilt nur auf karl vorgeht hätte denn auch und checkt ich verlinke auch sein das ich bin raus und tschau leute